Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brechspielfreunde, ich bin bei den Kurzvorstellungen des Spiels des Jahres im Jahr 2016 angelangt. Spiel des Jahres 2016 ist Codenames vom Zech Games Edition Verlag im deutschen Vertrieb von Heidelberg, früher Heidelberger Spiele Verlag, für zwei bis acht Mitspieler ab zehn Jahren. In dem Spiel Codenames geht es in den Spielregeln um den Geheimdienst und man muss die eigenen Agenten per Code finden und so weiter. Ich werde jetzt einfach nur davon reden, dass sich zwei Gruppen bilden und jede Gruppe hat einen Teamleiter, der Tipps gibt. Und wer als erstes die richtige, die notwendige Anzahl an Tipps gegeben hat und die richtigen Tipps gegeben hat, der ist dann Sieger dieses Spiels. Wie bei allen anderen Kurzvorstellungen gehe ich auch heute nicht auf die Regeldetails ein. Zum Spielbeginn werden hier fünf mal fünf Begriffe ausgelegt. Wie ich schon sagte, es werden zwei Gruppen gebildet, eine blaue und eine rote Gruppe. Jede Gruppe bestimmt dann einen Teamleiter. Die Aufgabe des Teamleiters ist es, seine Mitspieler auf die richtigen Griffe hier zu führen und das leider nur mit einem Wort. Und für welche Begriffe er jetzt Hinweise geben soll, das sieht man hier an den sogenannten Code-Karten. Man deckt also jetzt die oberste Code-Karte auf und weiß jetzt zwei Dinge. Hier am Rand sieht man entweder blau oder rot. Das zeigt jetzt, welche Gruppe als erstes jetzt raten darf. Also in dem Fall blau. Blau hat jetzt einen Begriff mehr, nämlich neun. Rot hat acht Begriffe. Das ist auch gleichzeitig dann jetzt das Ziel dieses Spiels, dieser Runde. Die Gruppe, die als erstes seine neun beziehungsweise acht Begriffe geraten hat, der ist der Sieger dieses Spiels. Der Teamleiter der blauen Gruppe jetzt stellt sich jetzt hier diese Karte mit diesem Ständer vor sich hin. Natürlich so, dass die anderen Mitspieler sie nicht sehen. Ich lege die jetzt mal so hin. Das ist also jetzt die Sicht, die der Teamleiter hat. Und er sieht jetzt, wo die Wörter sind, die seine blauen Mitspieler erraten müssen. Er sieht auch, wo die Begriffe sind, die die rote Gruppe zu raten hat. Dann gibt es noch neutrale Felder. Und um beim Geheimdienst zu bleiben, einen Verräter. Das ist der Begriff, den man auf keinen Fall verraten darf. Und das ist jetzt in unserem Fall übertragen auf die 5 auf 5. Wäre das also hier der Drucker. Ein blauer Begriff wäre jetzt zum Beispiel Riegel oder Fest oder Loge und so weiter. Das ist also das, was der Teamleiter jetzt sieht. Und seine Aufgabe besteht jetzt darin, ein Wort zu finden, bei dem die Mitspieler eine Assoziation finden zu einem oder mehreren Wörtern hier auf dem Spielfeld. Wie oft geraten werden darf, entscheidet der Teamleiter, indem er den Begriff nennt, das Wort nennt und dann eine Zahl. Also wenn er zum Beispiel, wir suchen uns mal hier diesen Begriff Alpen. Wenn er jetzt nur das Wort, den Begriff Alpen erratet haben möchte, dann sagt er Gebirge 1. Dann wissen seine Mitspieler, es gibt jetzt hier einen Begriff, der etwas mit Gebirge zu tun hat. Und zwar ganz genau nur einen. Findet man jetzt mehrere Begriffe, die man unter einem Wort verstehen kann, dann kann der Teamleiter zum Beispiel sagen, Wort X, 2 oder 3 oder 4. Dann wissen die Mitspieler, dass es für diesen Begriff 2, 3 oder 4 Wörter hier unter diesen 5x5 Möglichkeiten sind. Wie gesagt, genauer möchte ich jetzt da gar nicht drauf eingehen. Ich möchte nur noch mal sagen, was passiert, wenn jetzt richtig oder falsch geraten wird. Also nehmen wir mal an, der blaue Teamleiter hätte jetzt Wort X, 2 gesagt. Und da hätten die Mitspieler jetzt zum Beispiel Osten gesagt. Wäre ja richtig. Und dann haben sie noch eine Möglichkeit. Und dann legt er die dementsprechenden Gruppenkarten auf die dementsprechenden Felder. Jetzt endet im Prinzip diese Runde, weil er ja nur zwei gesagt hat. Also durften die Mitspieler auch nur zweimal raten. Jetzt käme die rote Gruppe dran mit dem roten Mitspieler, der sich natürlich auch diese Karte nimmt und versucht dementsprechend zu raten. Wenn jetzt in der blauen Gruppe vorher zum Beispiel hier beim zweiten Raten der Stempel genommen wurde, das sieht man hier, das ist also der neutrale, dann ist im Prinzip punktetechnisch zumindest nicht viel passiert. Aber dadurch, dass kein blaues Wort, kein Begriff der blauen Gruppe ist, sondern ein neutraler Begriff, dann endet auch hier die erste Rademöglichkeit für das blaue Team und das rote Team ist an der Reihe. Ganz schlecht für den Punktestand wäre es, wenn jetzt zum Beispiel das blaue Team hier aufs Satellit geraten hätte, dann würde hier eine rote Karte hingelegt werden. Die rote Gruppe hätte jetzt dadurch schon einen Begriff erraten und wäre auch sofort an der Reihe, weil ja hier falsch geraten wurde von der blauen Gruppe. Und ganz schlecht wäre es, wenn die blaue Gruppe, warum auch immer, hier dieses Feld geraten hätte, nämlich den Drucker, dann wäre nicht nur diese Runde zu Ende für blau, sondern das ganze Spiel wäre jetzt sofort für blau verloren und rot hätte gewonnen. So geht das jetzt also abwechselnd weiter. Die Teamleiter sagen ein Wort und die Mitspieler, die entsprechenden Mitspieler der Gruppe, versuchen jetzt so viele Begriffe wie möglich richtig zu raten. Und in diesem Fall wäre es jetzt also so, dass wenn blau zuerst ihre neun Begriffe erraten hätte, dann hätten sie gewonnen. Er rät rot zuerst ihre acht Begriffe, hätte die rote Gruppe gewonnen. Damit ist das Spiel zu Ende. In der Spieleinleitung steht so circa 15 bis 20 Minuten. Das heißt, man kann also sofort für eine Revanche sorgen. Und das geht also entweder hier, indem man also komplett neu von dem Stapel wegnimmt oder man dreht einfach die ausliegenden Begriffe rum, weil auch auf der Rückseite sind die Begriffe zum Raten. Wie ich am Anfang schon sagte, auch bei diesem Spiel sind natürlich gewisse Regeln zu beachten und so weiter. Aber da möchte ich in meinen Kurzvorstellungen nicht darauf eingehen, weil ich ja nur das Spiel vorstellen möchte. Und das würde dann zu weit gehen, wenn ich es also detailliert auf die entsprechenden Regeln eingehen würde. Das ist das Spiel des Jahres 2016. Codenames vom Zech Games Edition im deutschen Vertrieb bei Heidelberg, früher Heidelberger Spieleverlag, für zwei bis acht Mitspieler ab zehn Jahren. Viel Spaß!